Auch die Beine sind jetzt gut geworden, die waren so weit, es ist richtig gut geworden. Richtig schön. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boah, ist das so heiß, ne? Timmy sucht ja noch seine Tasche. Ich weiß auch nicht genau, was er für eine sucht. Und dann wollen die noch Geschenke für die Mädels holen, glaube ich. Für die Frosinen und für die Freundinnen von Celine. Hat sie ja gesagt. Keine Ahnung, was sie da hat. Vielleicht auch Taschen oder so. Ich glaube aber, dass der Laden ziemlich teuer ist. Das sieht jedenfalls teuer aus. Wo sind die denn jetzt hin? Nicht, dass sie auf einmal verschwunden sind. Ach, hier sind die Nachfolger. Ja. Ah, hier sind wir nicht. hier haben wir glaube ich auch mal gegessen mit meinem sohn soweit ich weiß haben wir da mal peter gegessen erinnert ihr euch glaubt das war letztes jahr ich glaube das war letztes jahr ja das war letztes jahr oder vorletztes jahr ja vorletztes jahr mit meinen beiden söhnen waren wir hier so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020